Hallo und herzlich willkommen zu einem Anime Tag Die gute Neko Vlog HD hat alle getaggt Ich tagge auch alle Da habe ich mich natürlich direkt angesprochen gefühlt Und musste das hier machen Im Tag geht es darum wie ich zum Anime gekommen bin Früher habe ich Anime nicht wirklich gemocht Und habe den Vorurteilen geglaubt Doch dann hat mir ein guter Kumpel wirklich mal Äh daten und empfohlen Habe ich mir dann mal auf YouTube angeguckt Und Leute ich habe das so gefeiert Dann habe ich auf YouTube noch nach anderen Anime gesucht Äh High School of the Dead gefunden Nach High School of the Dead habe ich auf YouTube Aber nicht mehr viel interessantes gefunden Und ja ich wusste nicht wo man Anime schauen kann Außer auf YouTube Wie denn auch sei Als ich Anime schon wirklich fast aufgegeben habe Habe ich einen anderen Kumpel kennengelernt Weil ich ihn heute wirklich schon fast Als einer meiner besten Freunde bezeichnen würde Äh besagter Kumpel Hat mir dann jedenfalls Elfenlied empfohlen Oh mein Gott der Anime Ich habe den so geliebt Und by the way Dieser Kumpel macht auch YouTube Link in der Beschreibung Auf jeden Fall Danach kamen allerhand Anime Wie unter anderem Chobits Hitsugi no Chaika Äh SAO Oreimo Also alles mögliche Auf jeden Fall Das war es wie ich so zu Anime gekommen bin Und ich tagge auf jeden Fall mal den M11 M11 Ju Und das Kloonu Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Und bis zum nächsten Video Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal